Wir freuen uns hier in Wiesbaden zur diesjährigen TIM-Konferenz zu zusammengekommen zu sein, freuen uns über die große Resonanz unserer Partner, die an diesem Event teilgenommen haben. Der Mehrwert für unsere Partner liegt natürlich darin, dass wir mit den führenden Herstellern, die uns als Innovatoren hier zur Verfügung stehen, Basis schaffen, Wissens-Know-how vermitteln, um sich mit den heutigen und den zukünftigen Anforderungen an IT-Markttrends und Datacenter-Technologien auseinanderzusetzen. Wir freuen uns sehr. Ja, jede geschäftliche Anforderung wird früher oder später eine Anforderung an die IT und jede Anforderung an die IT wird früher oder später, eher früher, eine Anforderung an das Datacenter. Das heißt, dass das Datacenter das Rückgrat ist für geschäftliche Effizienzverbesserungen und für Produktinnovationen und daher lohnt es sich auf jeden Fall für Channel Partner, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017